Musik Herzlich Willkommen zurück bei Tür Nummer 18 des Adventskalenders Vincent lächelte Wachmann war nicht gleich Wachmann Derjenige, der im Schnee einen Unfall gebaut hatte, schien auf der Lohnliste einer Bande gestanden zu haben, die von Vincents baldiger Entlassung wusste und scharf auf die Beute war Netter Versuch, hatte sich aber vorerst erledigt Bei Neuwagen konnten schon mal die Fabrikationsfehler auftreten, an den Bremsleitungen zum Beispiel Der andere Wachmann, der Klügere, der ihn zu seiner Zelle gebracht hatte, war Jesses Informant Denn Vincent selbst schrieb keine Briefe, viel zu gefährlich, dass einer abgefangen wurde Und sie musste ja wissen, was im Innern des Gefängnisses vor sich ging Ob die Russen ihm noch Schutz vor anderen Häftlingen gewährten, wie die allgemeine Lage war, wie es Vincent ging Das war auf jeden Fall einen kleinen SUV wert Seine Jessie hatte ein perfektes Netz gewoben und mit kleinen Nachbesserungen hielt es Noch Wie lange? Erfahren wir vielleicht beim nächsten Mal Bis dann Bis dann